Heute sage ich was zum Branzucker-WM-Ball für die WM kommenden Jahres. Also, das ist nicht die richtige große, das ist der Ball von meiner kleinen Schwester, weil die hat den zu Weihnachten bekommen und der ist halt etwas kleiner. Und ich muss nur sagen, ich habe jetzt heute, oder ich habe heute erfahren, dass ich 100 Abonnenten habe. Das ist cool. Und fröhliche Weihnachten. Überall.